Schon wieder so ein Tag, nass, kalt, ich habe keine Motivation, der Alltag stresst, ich halte mich nur noch mit Hilfsmitteln fit. Warum also das Ganze, während andere jetzt auf der Couch hängen, Geschenke einkaufen, gehe ich raus und treibe meinen Sport, warum tue ich das eigentlich? Doch keine Angst, das gehört alles dazu. So, egal was kommen mag, manchmal ist der schnellste Weg nicht der einfachste und es gibt einfach keine Ausreden, nichts zu tun. Und genau mit derselben Leidenschaft, wie ich meinen Sport mache, betreibe ich auch diesen YouTube-Kanal. Da wo ich heute stehe, ist das Resultat einer schwierigen Zeit. Ich bin größer, stärker und leistungsfähiger geworden denn je. Und es gibt mir Selbstvertrauen, auch im neuen Jahr wieder neue Ziele zu erreichen. Ich möchte mich da draußen bei jedem Einzelnen von euch bedanken, der es möglich gemacht hat, dass der Kanal so groß geworden ist. Gehen wir diesen Weg also gemeinsam weiter und einer Zukunft entgegen, die leuchtender ist, als wir nur ahnen können. Ich wünsche euch von ganzem Herzen ein ruhiges und gesegnetes Weihnachtsfest, sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. Warum mache ich das Ganze nun also hier? Ganz einfach, weil es meine Leidenschaft ist, meine Passion. Das macht mich gut. Vielen Dank an, Herr. Bis zum nächsten Mal.